Hey Freunde und Willkommen bei Science Row, der Dritte, weil ich das nicht aussprechen kann. Hi, Kavalierpirat. Hallo! Der Dritte. Der Dritte. Der Dritte. Okay, wir müssen schnell in die Helis reisen. Ja, schnell, schnell, schnell. Außenweg. Oh, ich kann auch fällig hinterher. Ich habe gerade einen als Skateboard benutzt. Wieso kannst du dich nicht zuschlagen? So. Ich bin schon. Ich fliege. Ja, ich brauche ein bisschen Zeit. Okay. Die Katze auf den Rücken. So. Flapflapflapflapflapflapflapflapflapflapflapflapflapflap. Na komm, und? Da hinten ist er. Okay, alles klar. Ah, siehste, je näher wir rankommen, desto mehr füllt sich der gelbe Balken. Und dann... Und ich werde gleich müssen wir raufspringen. Dann werde ich... Nicht, nicht so nah ran! Ach so, ah, ach so. Ach, ich dachte, wir müssen den jetzt töten. Ich habe Angst hinter dir zu fliegen. Ach, wieso denn? Das sieht sehr... Wow! Die schießen die auf uns? Äh, nein, die wissen ja eigentlich nicht, dass wir hinter ihnen sind. Ne, weil wir ja ganz unauffällig denen folgen. Ja. Wir sind bloß zwei Helikopter, die irgendwie kreuz und quer durch die... Oh ja, da will ich auch durchkommen. Ah, ah, ah! Turm! Ich bin durch. Ja, ich auch. Oben. Oh! Alter Schwede. Oh, ich habe Punkte für fast Absturz bekommen. Oh, da bin ich gut drin. Da hole ich jetzt ganz viele Punkte. Okay. Wo will denn der noch hinfliegen jetzt? Oh, 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 oh! Bremse! Okay. Nächsten Gang. Ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Komm, jetzt einfach auf ihn drauf springen. Das wäre doch cool. Ja. Das wäre sehr cool. Vor allem landest du dann im Rotor. Ach, das... Wow! Da würde schon irgendetwas da... Alter, da schießen tatsächlich welche auf uns. Ja, siehste? Sag ich doch. Woll die Arschgeigen, ey. Oh, das sind Sternschnuppen. Wünsch dir was. Ich habe mir was gewünscht. Oh, ich weiß, was das ist. Spür ich den Hink? Ja. Okay, warte. Mit dem Bildoverkloppt werden. Ah, da vorne. Vorne am Kran, da wird er gleich landen. Okay. Um dich mal zu spoilern. Ja. Ah, ich sehs. Folge dem Leutnant. Ja. Oh, Kacke. Na komm, runter. Soll ich ihn töten jetzt? Nee, einfach nur landen. Oh, oh. Ah. Oh, oh. Oh. Okay. Bin weich gelandet. Hallo. Oh, oh. Da. Na komm rauf da. Ähm. Hallo. 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 Es wird doch nicht etwa die Mission verbuggt sein. Vielleicht müssen wir den von da oben runter fischen oder so. Ich weiß nicht, aber irgendwie können wir da auch nicht hoch. Ah. 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 Nicht wirklich. Okay, warte mal. Versuch mal noch einen anderen Trigger zu durchgehen. Okay. Ah, hier. Guck. Ah, jetzt. Aha. Jetzt wird er orange. Ja, da kommen wir auch sehr gut rauf. Meistens. Ja, das ist auch ein bisschen ein Problem. Ich glaub wir brauchen ein Flugzeug. Moment. Wo sind die eigentlich? Ich hab eins. Sehr gut. Wow. 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 Alter, voll in die Fresse. Junge. Ich glaub das war mein Helik. Wow. Ja, war es auch. Aber ist okay. Nimm ihn ruhig. Ja, ich muss hier irgendwie. Ja, 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 ja. Da. Fuck. Das klang sehr gut. Bist du gestorben? Nein. Ich habe beide Hubschrauber auf dem Dach. Nee, nee, der ist hier unten. Ach. Guck an. Aber wir können nicht mal einsteigen. Kann man die nicht Räuberleiter machen oder sowas? Oh, oh. Der brennt, der brennt, der brennt. Oh, warte. Durch die Explosion. Die Explosion schleudert mich. Ah. Nein. Tut sie nicht. Tut sie nicht. Scheiße. Wir kommen da nicht rauf, ey. Vielleicht abknallen? Nein. Das ist doch scheiße, wenn die Missionen verpackt sind. Okay, pass auf. Pass auf. Ich hab ne Idee. Eine Minute. Hast du auch ne Idee? Okay. Ich hoffe nur, ich komm ganz rauf aufs Haus. Ja. Musst du schnell machen. Ja. Warte mal, ich probier auch was aus. Ah. Äh. Äh. Ich hab ne Raketenwerfer. Moment. Okay. Ich könnte die vielleicht runterschießen. Äh. Nein. Ja. Ups. Ah. Moment. Einen Schuss noch. Äh. Okay. Moment. Diesen Sprung kann ich schaffen. Ich kann diesen Sprung schaffen. Ja, dann mach. 30 Sekunden. Moment. Äh. 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 Klatsch. Äh. Äh. Hab ihn. Okay. Sehr gut. Und jetzt? Verhöre ihn. Das rote Draht. Rote Draht. Okay. Töte ihn. Okay. Hörte ihn. Danke. Uuuuh. Okay. Bedank dich später bei mir. Bedank dich später bei mir. Bedank dich später bei mir. Ich hab die Wette verloren. Hahaha. Ich hab die Wette verloren. Hahaha. So. Oh man. Gut. Hach. 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 Maddy. There's nothing to worry about. My thoughts exactly, Mr. Kilbane. Mr. Kilbane. Mr. Kilbane. Mr. Kilbane. With respect sir. I'd say empty is no longer applicable. Dates. Vor allem stehe ich hier im BH und sowas. Bei dir wahrscheinlich du. Vielleicht ein bisschen cooler aus. Bisschen. Nein. So 6.000. Nice. Und Respekt 4. Respekt 4. Komm. 4. Respekt. Domizil Penthouse des Saints. Das gehört jetzt uns? Ja. 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 Das ist alles unser. Dies ist doch geil. Richtig geil. Fucker. Los. Nun lade. Komm schon. Peinliche Stille. Ich weiß nicht, was ich mit dem Alex reden soll. Ah, so weiter geht's. Ja, der Computer dachte sich gerade, ach ich bin laden. Ich, was? Bin laden? Ich bin... Oder er geht mal zu seiner Tante Emma laden oder so. Oh mein Gott, darf ich sie mir aufschreiben? Und dann verbrennen. So. Ich bitte darum. Na ja. Okay, ja. Du gehst einfach. Pirti. Scheiße, wie öffnet man? Oh, eh. Oh, ich hab F gedrückt. Okay. So. Okay, Geld können wir abholen. Na? Mit dem Tabulator oder sowas hier, meintest du? Ja, genau. Hier, auf Bargeld. Einfach draufklicken und... Katsching! Äh. Hä? Ich komm aber jetzt von der Map nicht mehr raus. Wie schließe ich denn die Map jetzt? Einfach wieder tappen. Ah, okay. Hallo! Sehr schön, sehr schön. Aber man kann sich hier Fähigkeiten verbessern und so. Weitern nicht Pistolen. Übernehmen. Und hier. Ach stimmt, das kann man ja auch noch machen. Ja, sich mal an. Gesundheitverbesserung. Regeneration. Ich hab nicht genug Geld. Scheiße. Ey! Da. Oh, scheiße. Die Polizei. Okay. Okay. Uh, 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 uh. Was? Limo. Ach. Scheiße. Danke. Gut. Ähm. Komm, wir fangen Cabrio, äh, Dingsbums. Ja, genau. Hier, Rolls Royce. So sad. So ein kleines Facelifting. Kill auch. Hey, hab uns ja auch. Äh, äh. Oh, du kriegst so romantisch. Ja. Also, das ist jetzt unser Oberhauptgebäude. Warte mal. Ich möchte hier noch kurz etwas, äh, tun. Okay. Dann mag ich die Essens hier sehr gerne. Möchtest du auch mitkommen? Hab ich bei dir auch gerade irgendwie komische Zugungen? Nee. Nein. Aber du sitzt einfach im Auto. Okay, aber der zuckt gerade bei mir. Extrem. Aber kann ich verstehen. Ja. Wenn man dich als Fahrer... So. Okay, auf geht's. Also, das ist unser Hauptgebäude. Und hier ist unsere Tiefgarage. Mhm. Also, rein logisch. Kann man hier das Auto abstellen. Mhm. Wenn man raus geht. Achso. Okay, ja. Und dann? Und dann können wir es ja wieder für uns anpassen. Warte mal. Ich muss das vielleicht... Vielleicht, äh, genau hinstellen. Oder wie ist das? Okay. Ja, du musst genau nicht in den Punkt treffen. Vielleicht kann unsere Garage vielleicht gerade keine anderen Autos mehr nehmen. Ich guck mal kurz, wie der Mond steht. Oder die Sonne zum Mond. Weil ich glaub, man kann das erst, wenn das parallel zum Mond steht. Ja, definitiv. Okay. Also, dann machen wir mal die nächste Mission, würde ich sagen. Ja, ja. Wechsel einfach das Thema. Willst nicht zugeben, dass ich recht habe. Okay, ja. Auf geht's. Hey, I think I'm ready to make a move on the syndicate. What you got in mind? Head to the crib. I found something you should see. This better be worth my time. I think it's a safe bed. It'll be worth it. Okay. Bin schon da? Ich bin... Moment, was trinken? Was hört das sonst nicht raus? Ja, wir sollen einfach nur ins, äh, Penthouse wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich bin oben. Mhm, mhm. Aha, aha, aha. Kommst du auch? Ah, ich komme gleich durch den anderen Weg. Ich habe ja noch den Raketenwerfer. Karetenwerfer? Den Mosketenwerfer. So. Stell dir das mal in real vor. Wenn die das nicht klauen, die Idee. Ja, ich werde demnächst ein Station. Oh. Ja, was ist los? Ich habe Hanf gefunden. Das ist Hanf? Ja, gib den Hanf frei! Okay. Man hat gesagt, das sind Zitronenblüten. Mhm. Gut. So. Sorry, aber ich war wieder im Bild. Hm. Was ist denn? Since this used to be a Syndicate crib, but I poke around and see what they left behind. Alright, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now, don't you want to know what it is, they all got locked up? Syndicate will know, we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. I guess then you better watch my back. Dieser Hintern. Alright, let's go. Ja, dieser Hintern. Echt unglaublich. So. Yeah! Auf geht's! Die Todesengel sind unterwegs. Ich glaube, wir haben unendlich Munition. Das ist rot. Nein, haben wir nicht. Das ist nicht rot. Ich habe nämlich jetzt gar nichts mehr. Sehr gut. Und die Mission ist aber auch schon vorbei. Gut. Ja. Das ist gut. Wir sollten einfach nur schießen. Jetzt haben wir uns. Jetzt haben wir uns endlich. Könnt ihr uns? Ich glaube, die sollen wir nicht töten. Das sind unsere. Ja, die sollen wir beschützen, natürlich. Aber die sind schon ziemlich tot. Ja. Aber egal. Da ist eine kleine Herausforderung. Die sind gleich tot. Fuck. Fuck. Ja, wir haben sie umgebracht. Ja. Ach, wirklich? Aber das sah doch aus, als würdest du voll der Schützenkönig sein. Ich dachte, das geht gut mit Maus und so. Das ist, weil du nicht die Maus steuern gewöhnt bist. Ach so. Ja. Okay. Wo kommt der nächste? Da drüben. Da drüben. Da drüben. Okay, okay, okay. Da kommt der. Nein. Mach einfach ich die Musik. Warte, hier kommt der nächste, glaube ich. Ja. Bombs. Zack. Ich seh deine Raketen auch nicht mehr, wie sie durch die Lüfte fliegen. Bei mir steht gerade, dass ich auf einem anderen Account angemeldet bin. Und ich mein Passwort noch mal eingeben muss. Aber, pff. Oh nein. Hat dein Bruder jetzt deinen Account geklaut? Bist du weg? Äh, nein. Ich bin noch, äh. Bist du ausgestiegen? Äh. Ja, der Coop ist halt gerade fehlgeschlagen. Wir müssen hier ganz kurz die, äh, Folge müssen wir diesmal kürzer machen. Ja, ich muss mal einen Ruder aus dem Weg kommen. Ja. Ja, ich geb dir eine Raketenmesser. Alles klar. Oder einen Gummidöden. Ja, dann, äh, bis, äh, bis, äh, bis gleich. Morgen. Ja. Ja, mach's gut jetzt, ne? Ja, hau mal ab jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.